ich zeige euch wie man pushen kann also ihr gebt ein livecounts.net dann seht ihr diese scheiße dann gebt ihr euer name ein ich gebe meinen alten namen ein danny getrennt der zocker findet mein namen meinen namen schon falsch warte ich gebe nochmal 13 ja das stimmt ist mein youtube channel meine leute könnt ihr mich bitte pushen 13 abonnenten zum beispiel wenn ihr livestreams macht und der typ schickt euch links dann drückt ihr subscript 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 und dann geht ihr auf den kanal und könnt ihn abonnieren und ja das war's eigentlich